Hallo bei Actis.de. Heute sind wir wieder da für euch mit zwei Hüllen. Einmal in schwarz und einmal in braun die Mobiletto Superior, die wir für verschiedene Smartphone Modelle haben, unter anderem iPhone, Samsung Galaxy S3, S4, S5. Eigentlich für jedes gängige Smartphone. Links die schwarze, rechts die braune mit einem feinen Metallplätzchen versehen. Ihr könnt die Hülle halt sehr vielfältig nutzen. Das ist gerade dieser Vorurteil der Hülle, weil sie besteht aus zwei Teilen. Erstmal ist es sehr praktisch, dass die Hülle zwei Kreditkartenfächer mit sich bringt. Einfach für Geldscheine, was ihr gleich sehen werdet. Ansonsten könnt ihr auch noch eine Schlaufe mit reinbringen, wofür auch ein Loch extra in der Hülle ist. Wie ich gerade sagte, die Hülle besteht aus zwei Teilen. Das heißt, ihr könnt eigentlich entscheiden, ob ihr ein Lederetui nutzen möchtet oder ob ihr wirklich nur ein Case für die Rückseite an eurem iPhone, wie ihr es in unserem Video seht, benutzen möchtet. Damit ist natürlich vollkommene Flexibilität gewährleistet. Die Hülle hat auf der Innenseite ein Magnetfeld. So können sich diese beiden Teile der Hülle an sich kombinieren lassen. Das ist das Praktische an der Hülle. Man kann es halt wirklich von Weitem dran werfen und es hält bombenfest. Da wird nichts wegrutschen. Das Schöne ist halt diese ganze Lederstruktur, was wirklich sehr 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 edel ist und mit Sicherheit auch dem einen oder anderen auffallen wird. Generell, wenn ihr diese Hülle mal auspackt und andere Leute daneben sitzen, ist es schon ein Eyecatcher und das werden die Leute auch bemerken. Ihr könnt heute benutzen, wie ihr es möchtet. Entweder einzeln oder zusammen in einer Kombination. Natürlich sind auch alle Ports und Bedienelemente weiterhin vollkommen frei, so wie man es auch von einer guten Hülle erwarten darf. Ihr könnt laut und leiser Knöpfe ganz normal wie vorher benutzen. Ihr könnt es auch in der Hülle laden. Da werden euch keine Steine in den Weg gelegt mit der Hülle. Ja, das war die Mobiletto Superior Hülle fürs iPhone, Samsung etc. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Die Hülle verschicken wir natürlich, wie ihr es von uns kennt, versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Ihr werdet es sicherlich selbst festgestellt haben, mit der Hülle seid ihr wirklich super flexibel. Also wenn ihr es mal zu Hause liegen habt, euer iPhone, dann ist es natürlich besser, wenn ihr es im kompletten Leder-Etui lasst, weil das natürlich auch besseren Schutz bietet. Wenn ihr aber dann mal unterwegs seid, dann ist es natürlich auch ein bisschen komfortabler, wenn ihr dann einfach nur das Case für die Rückseite verwendet, was dann natürlich auch nicht so klobrig ist, wenn ihr es in der Hosentasche tragt. Bis zum nächsten Mal.